Fuchsjacke leuchtet er uns hier entgegen, freundlicher Unterstützung des Westfalenhofs. Und da wissen Sie, da darf das Blut des Bellissimo natürlich nicht fehlen. Katrin Südhölter steht in uns vor, den Herrn Baron. Schon statuös natürlich hier mit einem Jahr älter in der Silhouette. Der schön langbeinig aufgemachte Sohn des Benissimo aus der Snuppe von Sir Donnerhall. Ulf, da ist es wieder, dein Lieblingsblut. Und dann, wie der Grand Prix erfolgreich Friedensfürst in der fallenden Linie. Ja, erstklassig gezogen, eine spitzen Karriere hingelegt in Dänemark, meine Damen und Herren. Im Frühjahr bereits auf der Hauptkörung dort in Herning gekört. Dort bereits, und das ist ja in Dänemark anders, unter dem Sattel bereits vorgestellt. Dann zehn Tage Test vor der Decksaison und ein 35 Tage Test im Herbst. Der junge Mann hat eigentlich alles, alles bisher richtig gemacht. Aber vor allen Dingen, was er unter dem Sattel richtig macht, das erzählt uns jetzt Andreas. Ja, das freut mich wirklich sehr, das Pferd zu sehen. Ich hatte Nick die letzten paar Monate gesehen und die hat einen super Job gemacht. Das bewegt sich wie ein Panther. Und der war letztes Jahr so junglich und schmal im Körper und jetzt sieht er auch wie ein Hengst. Und der ist richtig, richtig toll, finde ich. Ich meine, man hat gerade die Jack Sparrow gesehen, der ist auch sehr junglich. So war der auch letztes Jahr. Aber jetzt geht das richtig los. Und der hat ein tolles, tolles Job gemacht. Also schön schnell im Bein, trotzdem hat der Schwung. Ja, sehr, sehr gut. Immer fleißig hinten, super Hinterbein und Schulterfreiheit. Ja, sehr, sehr gut. Guckt Hinterbein so fleißig, immer runter und aktiv. Sehr gut. Nicht schlecht für einen Vierjährigen. Ich glaube, ich muss den zurücknehmen. Doch. Ein sehr Spaß, dass man Partnerschaft mit Westfalenhof und das erste Mal, wie er zusammen hat und er so läuft. Das freut uns alle, wirklich super geritten. Also wirklich, ich würde sagen, tolle Job. Musik. 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 때문에 Musik. Ja, zig Schäppchens hat der Großvater geliefert, der großartige Stempelengst des Westfalenhofs, Bellissimo M. Abstammung stand da eben falsch auf der Wand, meine Damen und Herren, nicht verwechselnd, Benicius, Herr Donnerhall, Friedensfürst. So klingt es fein und Grand Prix opulent, das Blutbild dieses Baron. Katrin, du verzauberst uns mit diesem jungen Herren, er ist vierjährig und Gottlob endlich mal wieder ein Fuchs. Guckt mal hier, da legt er los. Dürfen wir dich dezent begleiten? Aha, genehmigt, dann steigt mal ein mit den Chören für unseren Baron. Und die Chöre singen für dich. Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast ja noch Konfetti in der Falte auf der Stimme. Oh, jetzt legt er los. Katrin Süthalter und Baron. Spitze! Ja, auch imposant, wie die das hier mental wegstecken. Dürfen Sie gerne einen Applaus hinterher schicken. Dankeschön. Ja, und es geht Schlag auf Schlag. Schon wieder einer. Danke. Danke.